Hallo Freunde, Freunde und Weiteren, Minecraft Projekt, ja die letzte Folge war ein bisschen länger, aber ich habe ja gesagt, dass ich so zwischen 15 und 20 Minuten mache, heute machen wir ein bisschen Terraforming, also kein Terraforming, sondern ein bisschen Holz sammeln, dass wir uns einen anständigen Zahn basteln können, ja vorne, ja bei unserer Insel, nehmen wir noch kurz die Kuh mit, danke, ich weiß, wir haben noch eine Höhle, das habe ich nicht vergessen, ja, habe ich nicht vergessen, keine Sorgen meine Freunde, und dann nehmen wir noch andere Kunden, Mist, nicht reicht, wenn ich eigentlich, eigentlich kann man hier links schlagen und rechts ist abbrechen, aber, ja, mit rechts ist Dingabbau, kann man sie schälen, also mit dem rechten Stick, schädt man das Zeug, also wenn ihr, wenn ihr etwas spezielles bauen wollt, also normaler ernten hier, und rechts den, äh, schälen, das ist, ja, noch interessant, ach ne, jetzt fängt es noch zu regnen, ja, das mit dem Schälen habe ich, glaube auch, ich habe jetzt irgendeinem Belenzen abgeteilt, ja, das mit dem Schälen habe ich, glaube auch, ich habe jetzt irgendeinem Belenzen abgeteilt, ich glaube, das war ja irgendwo, ich glaube, ja, zwei, drei Jahren, glaube ich, hatte ich hier das, äh, Minecraft-Projekt hier gestartet, und dann habe ich hier mal eine Aufruf gemacht, also, und ich habe ihr am Schluss ja gesagt, wurde es ja auf PS4 oder Xbox One, dann hat ja niemand sich gemeldet, und, ja, Irgendwann hat sich halt auf jemand gesagt, ja, komm, mach's das. Oh, der Baum ist gewachsen, sehr gut, und hat auch noch geteilt, und dann hat jemand gesagt, ja, gut, mach ein LP, so raus, aber nicht fährdessen, und dann habe ich gedacht, gut, mach jetzt hier bei, für Playstation. Nix, ja. Ich bin mal weg. Ja, dann ist es so, jetzt hat das hier in Schanden. Halt. Ja, da hat er halt so nicht gewesen, egal. Kann mir hier mal reinwerfen. Gut, dann nehmen wir die mal raus. Dann machen wir hier mal noch paar Stücke draus, und machen hier mal wirklich echt viel von diesen hier. Spinnealarm. Ich hoffe, jetzt kriege ich keinen Strike, weil... Einer von den Nachfragen, da ist Musik, aber ich glaube, wenn es nicht so laut ist, sollte das ja gehen. Schauen wir mal. Ich hoffe, es passt jetzt. Na gut, es ist ja nicht so laut, dann geht es ja. Also jetzt laden wir uns jetzt... Ach, nie, da ran, durch. Ach, Scheibenkleister. Ich setze mir hier die Türe hin. Ja, nicht da, du Pfosten. So, wir werden ja das was machen. Gut, ich kenne ja immer noch, wie gesagt, man kann ja die Brücke immer noch rumbauen. Das kann ich eigentlich machen, dann könnte ich eigentlich die Brücke umbauen. Hm. Hm. Und zwar. Tippe. Punkt. 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 Halt doch gerade in das Maul. Ja, der Boden aus der Hölle. 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 Ja. 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 Ja, der Boden aus der Hölle. Ja. 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 Ja... Ja... Lassen wir den hier mal... Und sagen ja... Gehen wir auch noch ein bisschen... Okay... Wir machen dann hier die... Bogen den Auto zu Ende... Ja... Ja... Wenn es euch gefallen hat... Ja... Lass bitte... Daumen nach oben da... Schreibt mir in die Kommentare... Wie ihr das findet das Projekt hier... Wenn es euch gefallen hat... Wenn es euch gefallen hat... Bitte... Wenn du noch kein Abonnent bist... Bitte abonniere mich... Wenn du ein Abonnent bist... Bitte aktiviere die Glocke... Um nichts weiteres mehr zu verpassen... Äh... Ja... Wie gesagt... Folgt mir bitte auf Twitter... Und Instagram... Das ist mein Titelbild... Über meinen Abonnenten... Das ist auch mein zweiter Kanal... Auf dem Simulator-App... Schaut auch dort mal vorbei... Und ja... Schaut euch das an... Schaut euch das an... Schaut euch das an... Tschau Leute...